Sex, Sex und nochmal Sex Neben 17 weiteren Kandidaten und Kandidatinnen ist auch die kultige Schlagersängerin Melanie Müller ins Promi Big Brother Weltteil gezogen, und hat zur Zeit das Glück auf dem luxuriösen Big Planet zu verweilen. Während sich die Teilnehmer in der spartanisch eingerichteten Raumstation um den besten Schlafplatz streiten müssen, bleibt den Promis im Luxusbereich genug Zeit aus dem sexy Nähkästchen zu plaudern. Ganz vorne dabei Melanie Müller Melanie Müller kommt es auf die Größe an. Beauty-Eingriffe, Sexpartner, Womanizer-Qualitäten. Die Themen auf dem Big Planet sind vielfältig und bunt. Spätestens als Köln 50.567 Darsteller Danny Liedtke, 31, und Schürzenjäger Eric Sindermann, 33, Splitternackt sagt mir, wo die Blumen sind von Marlene Dietrich performen, gibt es kein Halten mehr. Über die skurrile Show-Einlage kann Ex-Dschungelkönigin Melanie Müller allerdings nur müde lachen. Offenbar gefällt ihr nicht, was sie da an von den Herren präsentiert bekommt. Das Witzige ist, dass ihr euer Teil in eine kleine Hand reinkriegt. Analsex ist für sie das Schönste. Was es gibt, auch die nächste Gesprächsrunde, angekurbelt von Melanie Müller, hat viel mit nackter Haut und vielen intimen Gesprächsdetails zu tun. Am Pool plaudert das Reality-TV-Sternchen über seine Lieblingsstellung. Analsex Das Schönste, was es gibt, beteuert Melanie. Eric Sindermanns bestes Stück kann laut der 33-Jährigen bei so einem Bettspaß aber nicht mithalten. Ich habe deine Ente gesehen. Mit einem Zahnstocher kann man keine Sahne schlagen, spottet die gebürtige Sechsin.